Das ist der Newsletter April 2024. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensumet. Nach dem holprigen Start 2024 hat sich der Zeitarbeitsmarkt für die Pflege etwas beruhigt. Wir konnten dank der Flexibilität unserer Mitarbeiter die Einsätze wieder besser und auch nachhaltiger besetzen. An dieser Stelle haben wir Gott sei Dank hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen nichts zu berichten. Auch kommt jetzt nicht weitere Dinge auf uns zu. Wir wünschen jetzt für die Ersten die dann in den Urlaub gehen im Mai, Juni schöne erholsame Tage und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensumet.